Herzlich Willkommen bei der Rudolf Maurer AG in Gontenschwil. Das 1932 gegründete Familienunternehmen führen wir in der dritten Generation getreu unserem Motto vorbildlich in Qualität und Service. Wir gehen der Sache auf den Grund. Qualität beginnt bei uns mit dem ersten Schritt des Arbeitsprozesses der Vorbehandlung. Dafür sind wir bestens eingerichtet. In der vollautomatisierten und leistungsfähigen Tauchvorbehandlungsanlage behandeln wir Aluminium, Guss, Stahl, Zink oder Chromstahl für die weitere Bearbeitung vor. Oder durch das Sandstrahlen mit Korund. Ob so oder so, beide Vorbehandlungen sind qualitativ hochstehend und kennen in Bezug auf Dimension und Form fast keine Grenzen. Qualitätsbeschichtungen sorgen bei Metallwerkstücken für den optimalen Schutz und garantieren größte Langlebigkeit. Mit der Nasslackierung beschichten wir nicht nur Metall, sondern auch Kunststoff und Holzteile. So können wir problemlos individuelle Ansprüche flexibel und kompetent erfüllen. Langjährige Erfahrung, moderne Einrichtungen und geschultes Personal tragen dazu bei. Pulverbeschichtung ist die ökologische Lackiertechnik, denn sie kommt ganz ohne Lösungsmittel aus. Unsere Großraumkabine mit entsprechendem Einbrennofen ist ein funktionstechnisches Novum und steht für modernste Lackiertechnik. Darin können wir Werkstücke bis zu einer Dimension von 8000 x 3500 x 2000 mm und bis zu 1,5 Tonnen Stückgewicht Pulverbeschichten oder Nasslackieren. Was unser Werk verlässt, hat die interne Qualitätskontrolle erfolgreich durchlaufen und ist sorgfältig verpackt. Auf Wunsch liefern wir gerne Prüf- und Messprotokolle mit. Unser Hol- und Bring-Lieferservice rundet das Angebot ab. Zuverlässig, flexibel, professionell. Weniger dürfen Sie von uns nicht erwarten. Darauf können Sie sich verlassen.